Hallo, hier ist der Ethanol Junkie. Ich zeige euch heute das rohe Pilz. Das ist was Vitalis aus Darmstadt. Bekannt hier. Schmeckt ganz gut. Meine ich, aber es wird erstmal ausgelockt. So, jetzt gibt es den ersten Schluck. Dann wird beschrieben. Ich muss erstmal der Schaum rausnehmen. Es schmeckt ganz mild eigentlich. Etwas seichter als das Becks. Mit gutem Nachgang. Jetzt ist es halt gut kühl trinken. Jetzt mal die erste Probe von Langem trinken. Schmeckt wirklich ganz gut. Es verdaut sich auch. Deutlich besser als das Becks. Ja und jetzt versuche ich das Ding zu echsen. Zum Wohl. Jetzt noch der oblikatorische Schaum. Komm her, Schau. Oh, du Scheiß. Egal. Ich kann jetzt mal mit diesem Video auflegen mit dem Schaum.